und wir sind wieder da bei Let's Play Overlord 2 blind da ich bezweifle wir müssen das Stadttor von Nordberg mit diesem Karren aufbringen aber ich glaube nicht dass die Römer sich so leicht geschlagen geben nur ein paar Bogenschützen ist ein bisschen arm oder bevor sie mich also noch irgendwie mit einer großen Offensive angreifen schaue ich erst nachdem ob da auch nichts ist was zum Pfeile ah nicht schon wieder ach Leute okay das kann ich so nicht ich glaube da bin ich zu weit das ist eindeutig zu weit außerdem geht's so sicherlich schneller mit der Ballüste oh Angstmusik wieso eigentlich und da drüben steht doch was steht da drüben ich hab jetzt sogar die ähm Reflexion ausgemacht hey da drüben ist eine Malersäule würde ich sagen ähm ja ich hab jetzt sogar die Wasserreflexion ausgemacht damit ihr eine bessere Videoqualität bekommt na bin ich nicht ich bin noch göttlich kommt schon betet mich an ähm warum ist das eigentlich immer rot das verstehe ich nicht das sollte eher was soll ich grau sein eher grau genau so leertaste ja und da diese komischen zwei Holzdinger sind offensichtlich meine mein Zielkreuz mein Fadenkreuz nein ich hab's grad ah meine Maus reagiert zu leicht ach kommt schon ah ich bin so ein schlechter Schütze aber das wisst ihr ja habt ihr ja schon mal gesehen na fast ah fast fast dass sie nicht hierher schießen hey ich glaube ich hab zu lange auf die Teste irgendwie gedrückt der schießt auf einmal automatisch ja was soll das will ich mich verarschen na immerhin jetzt schießt er nicht mehr na komm schon ich werde ich hier inzwischen so auf den Keks mit meinem Scheiß nicht kennen von diesen Drecks Kriegsmaschinen gut mit der mit dem Katapult kann ich inzwischen besser umgehen ich musste dass er noch mal neu drehen ist und ein bisschen ja fast jetzt komm oh ich hatte doch ich hatte sie doch genau zwischen meinen beiden zoomen komm na ich hatte's doch grad fast komm schon hey der war jetzt aber echt der hat jetzt echt gesessen ihr Drecksrömer Drecksbogenschützen nebenhin hab ich einen bleiben noch zwei boah jetzt vergleich ich's wieder war doch grad ebenso schön sieht immer so aus als wollten sie hier rüber schießen finde ich aber sie schießen gar nicht da hier her was sind denn das für Gurken ey können nicht gescheit ziehen ähm ja wie hört mich mit bedacht ah nein scheiße ich bin so schlecht hey ich glaube hier steht nur noch einer jawoll dich krieg ich jetzt auch noch wow jawoll 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 sind jetzt wieder auf ihre Wölfe ne die Wölfe stehen da noch ok ähm braune offenbar kann ich nur ach ja ist ja logisch ich verdammten aussteigen dahindeutig doch gar nicht ihr wollt mir nicht gehorchen der nächste nein das mache ich jetzt gleich können wir ja nach Nordberg und dann ist es wirklich die Rückkehr des Zauberers dann werde ich mich rächen fürchterlich rächen dann werde ich ihn dann werde ich ihm beweisen dass man nicht einfach zu mir hinbuddeln kann aber davor zerstöre ich jetzt gerade mal hier die Kisten ach so ich habe die Falsche ausgewählt gut da war leider nichts drin holen wir den Dynamitwagen hä was ist denn das für ein komisches Zeichen Moment mal Moment mal äh ne Moment mal ähm ja Ausrichtung auch immer neutral was ist das ach so Balliste ah ne doch nein doch ja doch ist es das soll die Balliste sein rundgang durch die Unterwelt hä was gibt's denn dann noch dann noch hm da bin ich mal gespannt und ich muss tausend Wichte töten ich hab so die Schnauze voll können das ist von hier aussehen nein tausend Wichte ey ihr Entwickler sorry aber hier hat echt den Arsch offen gehabt oder Codemasters hä es wird mich wahrscheinlich noch bis zum Ende des Spiels verfolgen Töte tausend Wicht und dann habe ich am Schluss irgendwie 999 so auch noch die Schergen gleich sie schieben doch ja sie schieben so jetzt kann ich mich zurücklehnen und die Show genießen na 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 ja es liegt leider immer noch es ruckelt immer noch es ist ich brauche einfach eine bessere Grafikkarte schneller schneller hä äh vielleicht muss ich das Mikro etwas weiter weg tun sonst stöße ich die ganze Zeit nur dran ich frage mich ob es mit den Würfen schneller gegangen wäre der Karin ist ja gar nicht auf den Schienen ein bisschen Grafikfehler egal darüber brauche ich mich hier aufzuregen jetzt will ich aber wissen was passiert jetzt na ich muss es immer noch so anzünden werfen sie es ab ihr wisst was ihr tun müsst zunächst vernichtet ihr die Formation dann die Stadt jetzt jetzt wird es lustig attack attack nein was mache ich ich kann mit diesem Schlagangriff nicht umgehen oh und ich habe auch nur meine Roten losgeschickt wie dumm bin ich eigentlich wie dumm bin ich eigentlich hä ach sie gelten immer noch als eine Information oder was leck mich doch am Arsch du ich will den Massenvernichtungstauber haben wer sagt denn das klang irgendwie wie Kelder findet ihr nicht auch oh die sind ganz schön zäh diese Elite-Soldaten aber also ich ich nenne sie Elite sie sind zäh und sie nerven hä ihr seid meinem Netz entkommen das gibt's doch nicht die wollten mir doch jetzt nicht ernsthaft sagen dass die Formation immer noch von denen besteht dass ihre Formation immer noch besteht jetzt endlich was kriege ich denn da oh fuck äh falsche Taste aber ich muss jetzt sowieso Pause machen bis zum nächsten Mal Äh dann